Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute auf der Bellevue, oder Bellevue, keine Ahnung wie man die ausspricht, V4.0. Hier haben wir Bilder. Ja, wir haben hier auch eine Beschreibung, die ist auf Französisch, die kann keiner lässern. Außer, ja, Sojabohne. Irgendwas mit Weizen. Ja, und irgendwas mit Achtung. So viel kann ich noch. So, BDA haben wir hier in angepasst, das ist glaube ich eine umgebaute Standard-Map, so wie das aussieht. Und ja, wir haben hier ein paar Fahrzeuge und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Nein, nein. Da kommt man nicht raus damit, oder? Komm, wir da raus. Hm, super. Ja, ich würde sagen, in ihrem Besitz, verkaufen, 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 verkaufen. Wenn wir das alles verkauft haben, dann geht sich das schon, jaja, da geht sich dann schon ein Traktor aus. Sortiert nach da, bla bla bla. Und hier sind wir richtig, denn da jetzt Ago drin. Nein. So. Und I, nein. Äh, okay, wir sind jetzt hier gerade beim Händler. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Hm, okay, hier ist ja ursprünglich ein Feld. Sieht ein bisschen witzig aus hier. Ähm, hier ist unser Hof. Okay. Dann fahren wir da mal raus. Landmaschinenhänden an dieser Stelle, bla bla bla. Alles unwichtig. Die Straße sieht cool aus. Das ist aber nicht die Standardstraße, ne? Ne, die ist ja hell. So, wir fahren einmal um den Hof. Da oben sieht es aus, als würde es brennen. Wo ist die Feuerwehr? So, ich glaube, die Hühner sind das Einzige. Ne, auch nicht ganz. Oder sind die fast offen? Ne, nicht ganz. Aber fast. Ja, ich würde sagen, die ist sehr schön umgebaut. Auch mit der Laterne. Wir fahren jetzt dann da hinunter. Hier ist ein Weg, ja, okay. Hier ist auch nochmal die Map auf dem Bild drin. Ist auch cool, wo nochmal alles notiert ist, wo was ist. Hm, wir können hier sogar Straßenschilder umfahren. Ich sage, können wir das dann auch umfahren? Ne. Aber mich würde interessieren, können wir das hier umfahren? Ich weiß nicht, es sind so doofen Spielereien, aber das würde mich jetzt interessieren. Ne, okay. Da können wir hier einfach hindurchfahren. Alles klar. Mh-Mh. Mh-Mh. Ne, was fährt die für ein Blödsinn zusammen? Ne. Fahr mal anständiger. Ich werde das auch noch lernen. Und hier wieder schön Schilder. Beschreibungen. Ist zwar französisch, aber... Oh, hier ist eine schöne Kirche. Sehr cool. Passt zwar, finde ich, irgendwie jetzt nicht so zu LS und zu einem Stil hier, aber... Ja, es sieht eher so fast aus wie so eine italienische Kirche. Oder wie Frankreich, die Kirchen, keine Ahnung. So. Dann schauen wir da unten nochmal, was haben wir denn so an Abladestellen? Na, jetzt haben wir zu weit. Gaststätte, Güterbahnhof, Hafen, Landhandel, Mühle und Somavia. Was auch immer das sein soll. Wir hätten irgendeinen Supermarkt oder so. Mhm. Ich glaube, von hier kam der Rauch, ne? Kam bestimmt von hier oben. Hier können wir abladen. Also mal so auch ein paar andere Objekte. Très bien. Sehr schön. Falls die mal ein Video angucken, müssen die auch ja wissen, von was ich rede. Wenn ich dann einfach mal sag, Oui, oui. Très bien. Dann wissen die schon, was ich meine. Ja. Ich glaube, hier hinten hat sich nicht so viel getan. Außer das große Gebäude, glaube ich, oder? Das... Weiß ich gar nicht. Wie fahr da unten eigentlich nie rum? Hat sich bestimmt irgendwas getan. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal in die Log. Weil so anschauen könnt ihr das dann eh auch selbst. Wir müssen wissen, ob die Fehler frei ist. Error, Can't Load, Resource, BDR, SpotX, BNG. Das ist nur ein Bild, das ist nicht tragisch. Sonsten haben wir keinen einzigen Fehler. Das ist sehr schön und super. Und hoffe, euch hat die Map-Ferstattung gefallen. Ladet euch die Map runter. Gebt einen Daumen hoch. Gebt ein Like. Gebt eine gute Bewertung ab. Und ein Kommentar. Wäre auch cool. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.